In den meisten Kantonen wird von der Berufsschule und dem Ausbildungsbetrieb ein Multi-Check von der Kategorie Kompetenzanalyse – Gesundheit HF eingefordert. Behalte also ein Auge darauf, wenn du dich für die Pflege HF anmelden möchtest. Voraussetzungen findest du in deinem Bildungszentrum oder im Ausbildungsbetrieb auf der Webseite. Pro-Tipp! Auf der Webseite von Gateway.one kannst du dich durch die Frage in Kategorien klicken. Auf der Webseite von Kategorien klicken.